Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5752 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gefällt dir meine neue Frisur? Ich war dafür drei Stunden beim Friseur. Gefällt dir meine neue Frisur? Ich war dafür drei Stunden beim Friseur. Wenn es mir zu kalt ist, dann ziehe ich mich wärmer an. Wenn es mir zu kalt ist, dann ziehe ich mich wärmer an. Wenn es mir zu kalt ist, dann ziehe ich mich wärmer an. Grundsätzlich ist Radfahren ein gängiger und wohltuender Sport für den Körper. Die größte Gefahr für die Gesundheit sind jedoch Verkehrsunfälle. Grundsätzlich ist Radfahren ein gängiger und wohltuender Sport für den Körper. Grundsätzlich ist Radfahren ein gängiger und wohltuender Sport für den Körper. Die größte Gefahr für die Gesundheit sind jedoch Verkehrsunfälle. Jeder von euch kann ein buntes Ei haben. Jeder von euch kann ein buntes Ei haben. Der Kunde hat weitere Wünsche, die wir in die Planung einbeziehen müssen. Ich komme sofort, aber zuerst muss ich die E-Mail beantworten. Freundschaft ist eine Quelle des Trostes und der Kraft in schwierigen Zeiten. Freundschaft ist eine Quelle des Trostes und der Kraft in schwierigen Zeiten. Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Das Bewerbungsverfahren bei der Feuerwehr umfasst einen schriftlichen Test, einen körperlichen Test und ein Vorstellungsgespräch. Das Bewerbungsverfahren bei der Feuerwehr umfasst einen schriftlichen Test, einen körperlichen Test und ein Vorstellungsgespräch. Das Bewerbungsverfahren bei der Feuerwehr umfasst einen schriftlichen Test und ein Vorstellungsgespräch. Es hat geklappt. Der Torwart hat den Ball abgewehrt. Das war knapp. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Der Torwart hat den Ball abgewehrt. Das war knapp. Der Torwart hat den Ball abgewehrt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Torwart hat den Ball abgewehrt. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.